Uwe Seeler, ja, da kommen viele Erinnerungen. Ich durfte selber oft schon mit ihm schnacken, wie man so schön ja sagt, aus Auswärtsreisen schon mal dabei gewesen, als er noch international gespielt wurde, im Spanien immer wieder im Weg gelaufen. Einfach immer wieder erfrischend und herrlich zu sehen, wie so eine große Persönlichkeit, aber doch irgendwo auch menschlich und so geerdet ist. Und das ist für mich ein absolutes Vorbild, nicht nur aufgrund seiner Leistungen, erfolgreiche Menschen gibt es viele, aber er als Mensch und verkörpert, glaube ich, auch so das Hanseatische sehr, sehr gut und deshalb immer was Besonderes. Er ist einfach eine unfassbare Legende und was ich mit ihm verbinde, ist eine unheimliche Ehrlichkeit und eine Bodenständigkeit, weil ich das auch persönlich schon auch miterleben durfte. Ich habe ihn leider nicht mehr selber gesehen, aber ich habe ihn oft kennenlernen können, also ich kenne ihn persönlich und er ist ein tadelloser Mensch. Also das ist noch so die Leute vom Schlag eines Horst Rubisch, Uwe Seeler, das sind einfach Typen, die unfassbar auf dem Boden geblieben sind, die Werte noch mitgeben an die Kinder und Jugendlichen und so habe ich Uwe Seeler immer kennengelernt mit seiner Stiftung auch, dass er viel Gutes tut, immer lustig, guter Typ. Er ist immer gut gelaunt gewesen, wenn ich ihn getroffen habe, immer geradeaus, sehr herzlich und er ist natürlich eine unglaubliche Karriere und ein toller Spieler gewesen. Stolz ist nicht das richtige Wort. Man hat das, was man gemacht hat, auch Freude gemacht mit Begeisterung und Spaß. Und wenn das angekommen ist bei den Leuten, wunderbar, wenn man heute noch dran denkt, ist es noch wunderbarer und den Preis nehme ich mal mit. Ich habe noch Platz. Das ist noch keine Lieblingsschutz. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020